hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal er die smart home ja im heutigen video möchte ich euch einen solchen kohlendioxid sensor vorstellen der für sogenannte co2 ampeln verwendet wird das heißt dieser sensor sagt euch wie sauber oder wie dreckig die luft in eurem raum ist gibt dann alarm oder was auch immer zeigt euch das an und ihr könnt dann anfangen zu lüften bis die raumluft wieder sauber ist also falls euch das ganze interessiert wie das angeschlossen wird wie das betrieben wird wie das kalibriert wird wie das eingestellt wird und alles weitere was man zu dem thema wissen muss dann bleibt dran nach einem kurzen intro geht es los ach so bevor es los geht noch mal ein bisschen werbung in eigener sache ich habe seit ein paar tagen wochen monaten einen zweiten youtube kanal er der sich mit dem thema gravel bike fahrradfahren und so weiter beschäftigt falls euch das thema interessiert schaut mal vorbei würde mich freuen euch dort begrüßen zu dürfen ok genug werbung jetzt das intro und dann geht sofort los schön dass sie dran geblieben seid ok bevor es los geht noch mal ein paar kurze worte zu diesem sensor also es gibt diverse sensoren die die luftqualität der luft messen ich habe hier noch ein paar andere insgesamt habe ich mir fünf stück gekauft und habe die ungefähr ein halbes jahr jetzt laufen lassen und habe das ein bisschen mit getestet gespielt und so weiter was man dazu wissen muss ist jeder sensor misst irgendetwas andere also es gibt sensoren die oder wie der hier der sich auf kohlendioxid spezialisiert dann gibt es sensoren die sich auf aerosole spezialisieren und ja so ist es bei jedem dieser sensoren jeder hat irgendwelche stärken und irgendwelche schwächen beziehungsweise jeder ist für was anderes ausgelegt wer hier eignet sich meiner meinung nach am besten der mist wie gesagt in die kohlendioxid anteil in der luft und gibt euch dann anhand eines wertes wieder wie sauber oder wie dreckig die luft ist funktionsprinzip ist ungefähr wie folgt hier ist ein infrarot lichtstrahl der schießt durch ein glasröhrchen dieses glasröhrchen da ist glaube ich ein draht drin ein feiner draht dieser draht wird erhitzt und dann wird geschaut wie viel luft ist reingegangen wie viel luft ist rausgekommen durch dieses erhitzen ja spalten sich die partikel oder ähnliches auf und anhand dieses weiß man dann wie viel partikel wie viel dreck in der luft sind und wie sauber die luft ist oder wie dreckig die luft halt ist also das ist das grobe prinzip ich blende euch ja auch noch mal was ein wo das ein bisschen besser erklärt wird aber ich glaube das sollte passen also das ist das grobe prinzip von diesem teil und das ist auch ein kleiner nachteil von diesem gerät denn damit es messen kann muss es permanent mit spannung versorgt werden das ist im grunde bei allen geräten so selbst wenn ihr das gerät kaufen würde also fertig verbaut irgendwo selbst diese können nicht mit batterien betrieben werden sondern werden immer an die steckdose angeschlossen da das natürlich relativ viel energie verbraucht also vieles relativ relativ viel energie verbraucht und man könnte das mit einem akku nur ja ein paar tage oder ein paar stunden betreiben deswegen muss man die halt an dauer strom betreiben aber das ist im grunde auch logisch denn wir wollen ja je nachdem wie ihr das verwenden wollt entweder wollt ihr noch ein display anschließen damit euch das über das display angezeigt wird oder vielleicht leds die brauchen natürlich auch strom und das ganze im akkubetrieb ist dann ja nicht wirklich sehr lang anhaltend deswegen braucht man das ganze mit strom im heutigen video möchte ich euch zuerst mal nur zeigen wie ihr den sensor an ein esp d1 mini anschließt wie ihr das motor darauf lässt wie ihr das motor einstellt wie ihr den sensor kalibriert und was ihr sonst noch so beachten müsst in den nächsten videos zeige ich euch dann wie ihr den sensor mit einem display betreibt und wie ihr das ganze auch noch mit ein paar leds aufpimpen könnt damit euch das vielleicht auch noch mit leds angezeigt wird also heute nur der eine teil und im zweiten und dritten teil oder im zweiten teil bin mir noch nicht ganz sicher kommt dann das display und die leds zum tragen ok dann würde ich sagen nicht mehr viel gequatscht sind glaube ich schon ein paar minuten vergangen wir starten jetzt und flashen zuerst mal den d1 mini am computer so bevor wir zum flächen kommen noch mal ein kleiner hinweis zum thema das motor habe ich ja schon unzählige videos gemacht ich habe auch schon mal so ein grundlagen video gemacht ist zwar schon ein bisschen älter aber dort erzähle ich relativ viel zum thema das motor wie man es flächen tut worauf man achten muss und so weiter und so fort falls ihr neu in das motor seit dann guckt euch die videos ich verlinke sie euch da oder da guckt euch die videos auch mal an falls sie irgendetwas hier jetzt nicht versteht denn ich möchte jetzt nicht unbedingt auf die kompletten grundlagen eingehen ok also legen wir los wir müssen das ganze zuerst mal flashen treiber ist bei mir auf dem pc schon installiert verwendet ein usb kabel das auch daten übertragen kann da habe ich ganz viele anfragen dass es nicht funktioniert dass es nicht erkannt wird und meistens liegt es daran dass ein kabel verwendet wird was keine datenübertragung kann also wir schließen das usb kabel mit unserem an unseren spd 1 mini an und verbinden das ganze mit dem computer so in dem grundlagen video verwende ich tasmo tiser und ja es gibt aber mittlerweile eine webinstallation und die verwende ich hier ich verlinke euch das ganze die webseite lautet das motor punkt github punkt i o schrägstrich install und dort kann man dann auswählen was man flächen will so was wir flächen wollen ist die sensors version ich zeige euch das auch noch mal kurz und zwar unser sensor der mhz 19 der befindet sich in der tasmota version aber nur in der esp 32 variante und in der sensor variante das heißt wir können da nicht einfach das motor flashen da wir einen esp 82 66 verwendet und in dem ist er nicht verfügbar genauso nicht in der light version in der knx version oder in der version war habe ich gerade vergessen mal nach oben gucken die infrarot version ok also dort ist er überall nicht vorhanden er ist wie gesagt nur in der sensors variante deswegen suchen wir hier tasmota sensors aus und sagen connect und hoffen dass es jetzt funktioniert und dass es nicht irgendwie vorführeffekt gibt ok komport 4 sollte passen ich hoffe ihr seht es auch drücke auf verbinden und dann sollte er so install das motor sensors das wollen wir erase device zuerst mal soll es löschen immer ganz wichtig wenn ihr einen alten esp verwendet zuerst mal das ganze löschen und dann install und dann sollte das ganze jetzt installiert werden so zuerst mal löschen so jetzt wird das ganze installiert dauert einen kurzen augenblick so jetzt wird uns gesagt installation abgeschlossen das ist mein netzwerk das ist nicht mein netzwerk das ist mein netzwerk dann das passwort eingeben damit sich der esp direkt mit dem netzwerk verbindet bestätigen dass so jetzt sagt er dass es verbunden ist das gerät jetzt sagen wir visit device jetzt wird unser gerät geöffnet uns wird angezeigt was für eine ip adresse er bekommen hat also oben in der web browser leiste steht jetzt die ip adresse und wir können mit der konfiguration des ganzen beginnen wichtig der sensor ist in diesem augenblick noch nicht mit dem esp verbunden das machen wir erst später also um das ganze zu konfigurieren gehen wir zuerst mal auf konfigur dann gehen wir hier auf konfigur modul sagen hier generic 0 sagen safe das gerät startet einmal neu warten kurzen augenblick so gerät wurde neu gestartet gehen nochmal auf konfigur gehen nochmal auf konfigur modul und dann sagen wir wo was angeschlossen ist so jetzt müssen wir auswählen wie was angeschlossen ist also auf dem esp auf tx dort geht rx drauf das heißt ihr geht relativ weit runter und dort gibt es dann mhz tx und mhz rx also auf tx kommt rx und hier auf rx kommt tx so sagen safe das ganze startet noch mal neu erwarten noch mal einen kurzen augenblick und dann wird uns hier die information des sensors angezeigt also das heißt wir haben hier einmal den co2 wert die 0 ppm da kein sensor angeschlossen ist und der mhz 19b der verfügt auch noch über einen temperatursensor aber eins vorweg der ist nicht zu gebrauchen denn der wert ist glaube ich irgendwas um die drei oder vier grad zu hoch könnte man natürlich noch ein bisschen kalibrieren aber wie gesagt ist nicht zu gebrauchen so dann müssen wir jetzt noch das ganze anschließen wie gesagt es ist relativ einfach also ihr habt ihr euren sensor und euren esp und ja eins was man noch wissen müsste der sensor der kommt ohne pins das heißt man muss löten können denn die kabel oder die jumper kabel müssen hier dran gelötet werden der sensor ist beschriftet hier steht rx tx win gnd und so weiter drauf das heißt vom sensor tx geht hier auf rx und vom sensor rx geht hier auf tx so und win ist unsere versorgung spannung die kommt hier auf unseren esp auf die 5 volt und gnd kommt hier halt auf gnd schließen das ganze an ich habe das ganz professionell gelöst bei mir schließen das ganze an und dann sollten uns auch werte angezeigt werden so also das ganze jetzt mit dem pc noch mal verbinden nachdem ihr alles angeschlossen habt so batman kümmert sich um das festhalten des sensors jetzt gucken wir uns den sensor mal an können mal auf aktualisieren klicken aber normalerweise sollten hier keine werte erscheinen denn der sensor ist noch nicht aktiviert das heißt wir gehen hier auf konsole ich mache mal das fenster ein bisschen größer und tippen jetzt folgenden befehl ein sensor 15 und dann die 1 für aktivieren dadurch wird der sensor aktiviert so setzen das ab wird uns hier angezeigt ja dass der sensor abc ist enabled also aktiviert prüfen dass mal hier drüben sagen mal restart und es wird immer noch nichts angezeigt so vorführeffekt vielleicht habe ich hier falsch konfiguriert lasse mich noch mal kurz nachschauen eigentlich passt es vielleicht habe ich es anders verdrahtet vielleicht habe ich die kabel falsch verdrahtet so und jetzt kommen die werte auch rein also werte kommen rein der sensor ist aktiviert jetzt müssen wir den sensor kalibrieren dazu gehen wir wieder hier in die konsole rein sagen wieder sensor 15 ich setze den zuerst mal auf die grundeinstellungen zurück weil ich hatte ja den sensor schon mal in betrieb das heißt sensor 15 9 könnt ihr euch ersparen könnt es aber auch machen das lädt die werkseinstellungen zurück so dann wiederholen wir das ganze und sagen jetzt nicht sensor 15 9 sondern lass mich mal kurz gucken das ist die 2 und dann passiert folgendes der sensor wird kalibriert damit der kalibriert wird müsst ihr den sensor ungefähr 15 bis 30 minuten an die frische luft tun das heißt ihr nehmt euren sensor schließt den mit dem kabel irgendwo an ein fenster oder in die nähe eines fensters an macht das fenster auf setzt den sensor raus führt diese kalibrierung jetzt durch der sensor sollte sich wie gesagt in der frischen luft befinden und sagt dann abschicken so das heißt er erkennt jetzt was saubere luft ist das heißt wenn ihr in der großstadt wohnt und eine autobahn fährt an eurem fenster vorbei ist es ein bisschen problematisch aber ihr setzen jetzt an die frische luft und er resetiert sich oder setzt den wert auf 400 ppm also partikel per mill glaube ich heißt das und sagt das ist saubere luft und diesen wert muss er jetzt 15 minuten anliegen haben oder 30 minuten lasst es ein bisschen länger dastehen um auf nummer sicher zu gehen und dann weiß er was saubere luft ist dann holt ihr den sensor wieder rein und dann funktioniert das ganze schon und ihr müsst nichts mehr machen oder fast nichts mehr jetzt könnt ihr noch sagen wie groß das intervall sein soll wo er messen soll ihr habt die auswahl zwischen ich muss wieder ablesen 1000 2000 3000 5000 und 10.000 das sind die werte normalerweise für eine co2 ampel erreicht der wert von 3000 denn ab 2000 oder 1400 beginnt schlechte luft und alles über 2000 ist sehr schlechte luft und deswegen erreicht es wenn ihr ihn auf 3000 setzt dann hat er eine range von 400 bis 3000 wenn mich nicht alles täuscht und dann könnt ihr diese werte verwenden oder mit diesen werten dann halt weiter arbeiten so ihr seht es jetzt der wird kalibriert hier in meinem studio und ich kann euch mit hundertprozentiger sicherheit sagen dass hier im studio definitiv keine saubere luft ist sondern hier ist es richtig stickig aber da ich ihn jetzt hier drin kalibriert habe denkt er dass das hier saubere luft ist wenn ihr es an einem fenster macht oder an der frischen luft wie es sein sollte dann würde er das halt für die saubere luft halten aber ich kann euch nochmal kurz zeigen mit diesem anderen befehl also sensor 15 und wir wollen ja dass er bis 3000 ppm geht und 3000 ppm verbirgt sich unter dem wert 3000 so und ihr seht jetzt wurde die range auf 3000 ppm gesetzt die befehle und was alles möglich ist blende ich euch hier auch nochmal ein beziehungsweise zeige euch das nochmal den link dazu und dann könnt ihr die verwenden so so wäre jetzt der sensor fertig und ihr könntet ihn zum beispiel in iobroker verwenden falls ihr iobroker verwendet dazu müsstet ihr natürlich hier mqtt konfigurieren das heißt eure ip-adresse port und den rest bitte so lassen nicht abändern ich bekomme so viele anfragen weil irgendetwas nicht funktioniert weil irgendjemand hier das topic ändert oder dass ihr lasst diese zwei felder am besten so wie sie sind und alles andere könnt ihr anpassen wie ihr es wollt ok also das soll es von mir an dieser stelle gewesen sein ich hoffe ich konnte euch mit dem video weiterhelfen würde mich über einen daumen hoch und ein abo sehr freuen und nicht vergessen die glocke zu aktivieren damit ihr benachrichtigt sobald das zweite oder dritte video zu diesem thema online ist in diesem sinne bis zum nächsten mal macht's gut so ich habe jetzt mal einfach rein gepustet was mir gerade noch einfällt ist ihr seht auch hier wenn dieses infrarot licht angeht dann fängt das hier an zu leuchten und ihr seht ich habe ihn jetzt auf 1300 kalibriert die luft noch schlechter gemacht